Ja, aber wow, hä, wie, wo ist die denn schon? Unter der Brücke. Ja, und wo kommt die bei mir ran? Achso, ja, du, das heißt, du bist immer noch nicht fertig. Oh, na doch, jetzt muss ich nur, äh... Die Item Elevator bauen und so weiter. Nee, dann nicht, muss ich jetzt erstmal powern. Ja, siehste. Fertig. Ja, rübergebaut und mit Schienen bedingelt hab ich die ja schon. Bedingelt, ey. Ah, bebaut. Geht mal weg hier. Ja, wo ging's denn runter hier? Okay. Oh, weiß noch, wo wir früher immer diese mega-ultralangen Schienenbahnen in Game Mode gebaut haben, zum Beispiel für den Pilzbiom und das so gefunden haben. Alter, das war richtig eklig, krass. Und dann so 100.000... Ich glaub, ich glaub, ich hatte so ne 2000 Blöcke lange Bahn. Einfach so durch die Luft. So ne Pilzbiom. Anstatt des zu den Koordinaten zu Porten, nein, ich baue eine riesige Schienenstrecke. Ja, damals war Porten gar nicht in Frage kommt. Da wusste ich noch nicht, wie das geht. Nee. Deswegen kam's ja nicht in Frage. Ah. Einfach 2000 Blöcke lange, alter Holy Shit. Dann hast du das auch noch mit per Hand gezählt. Ah, echt so. Ja, oder... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, da kommt der Fakul. Ja. Ja, das war schon ein bisschen hart, heftig. Ja, das stimmt. Oh Gott, ey. Das Wichtigste vergessen. Für ne Farm bauen und hab kein Wasser, ey. Geil. Beispiel bei dir. So, Farm, das Wasser. Genau, und dann brauche ich noch ne Hake. Naja, aber schön mit hier. Time to farm. Geil, ne? Ja, voll mega aktuell. Ja, aber ist ja auch aktuell. Ja, wow. Du hast jetzt eine Holz-Hoe gebaut, oder was? Nö. Stein. Echt? Normalerweise... Das Stein? Au. Eine Hoe hast du gebaut. Ja, Stein, Stein, zack. Lol, ach so, okay. Geil, ey. Wenn jetzt über meiner Farm Schafe das Gras wegfressen, dann fliegt das ja erstmal so komisch, dann kommen erstmal diese Partikel-Effekte. Ach. Geil, ey. So. Alter, ich hab immer so Angst, wenn ich baue und die Bau... äh, diese Bausounds und ich komm, dieses Plopp-Plopp. Ich hab immer so Angst, dass ich plötzlich, äh, die Blöcke unter mir verschwinden, die runterfallen. Warum? Weil mein Sound übelst nachleckt. Und auf Servern ist das ja so, wenn du baust und, äh... Ja, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz überlegen jetzt hier. Ich schau immer runter. Und cool. Ach. Ach, so, ja, klar. Also, und jetzt... Vielleicht soll ich das Wasser erst zum Schuss dran packen. Nicht, dass ich hier gleich irgendwo ein Leck hab und dann ist mein ganzes Redstone wieder weg, ey. Das wär ein bisschen nervig. Ja. Ja, und cool. So. So, dann kann ich mir hier erstmal... Ach, scheiße, ich brauch alles sowieso noch. Oh, Mann, ey. Diese Hin- und Her-Rennerei ist richtig nervig. Glaub ich, ich buddle mir gleich nochmal in der Verbindung. Wann mal, kann ich doch hier machen, oder? Passt das nicht so überfunden von der Block-Tiefe her? Weiß nicht. Leu, 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 leu. Alter, leu. Oh mein Gott. Ach so, die Batterie von meiner Maus ist alle... Ach doch, jetzt... Nee, die ist leer. Ja, die ist leer. Und auf einmal baut... baut die Spitzacke hier immer weiter ab und immer weiter und immer weiter. Ach, scheiße, was krieg ich denn jetzt Batterien her? Muss ich jetzt echter unten springen? Das ist immer richtig nervig. Ach, nee, Moment. Vielleicht hab ich hier noch in meinem Döschen noch geile Batterien. Ah, ja, hier sind... Boah, Alter, hier sind noch voll die Massen an Batterien drin. Das ist immer gut, wenn man eine batterieübertriebene Maus hat und immer so zwei volle Pakete Batterien daneben. Ja, schau. Das ist eine sehr angenehme Sache. Angenehme, nicht angenehme. Hier erstmal voll Anarchie rumgedingens. Ja, gut, das kommt sogar gut hin von der Höhe, ja. Ist mir aber noch sogar ein bisschen zu niedrig, würde ich sagen. So. Aha. Noch ein weiter zur Seite. Oder? Ja, genau. Okay, dann kann ich das hier auch nochmal kurz schließen. Ach, Quatsch. Okay. Jetzt probiere ich mal die coole Minecart-Schienenstrecke aus und gucke mal zu dir rüber. Mach das. Mach das. Mach auf. Oh, das hier. Bring mal ein bisschen Redstone sonst gleich noch mit. Hab nicht mehr viel. Hast du das mit Schaltern oder mit Torches gemacht? Torches? Warum? Warum nicht? Weil mit Schaltern kostet das kein Redstone. Wow, Redstone ist das so wertvoll. Ja, ich hab davon keins mehr. Und jetzt gerade ist es für mich wertvoll. Das ist das gute Kann. Wenn das Ding ausgefahren ist. Wow, da muss es ja dann doch noch einhören. Uh, boah, geil. Ich hab rüber. Wenn das Ding ausgefahren ist, ist der Block hier. Ja, okay. Das ist gut so. So, hab hier einen Block zu viel gebaut. Dann kann ich das hier direkt bestücken. Ach du Scheiße, okay. Hallo, mach mal kaputt hier. Ey, Minecart. Was soll das? Kaputt. Toll. Ich werde jetzt, glaube ich, zu 100% sterben. Warum? Ach so, weil du auf der falschen Seite ausgestiegen bist? Nee, weil ich halt auf einem 1x1 Weg fahre und das Fahren so leckt, dass ich nicht weiß, wann ich ankomme. Also auch nicht weiß, wann ich aufsteigen muss. Weil ich bin einfach nochmal zurückgefahren und dann bin ich auf meinem Ding in Zeitung ausgestiegen. Ach ja, das gute alte Redstone-Farm bauen. Das weiß ich noch, wie wir das damals dann gemacht haben. Also, äh, als ich das bei Gamla Play mal gesehen hatte und wir das dann nachbauen wollten und dann noch keine Ahnung davon hatten. Das war geil. Boah, ich weiß noch, diese alte Obsidian-Bug-Farm mit Redstone und Lava. Kennst du die noch? Äh, oh Gott, na, eigentlich, nee, das weiß ich gerade nicht. Du hast einfach einen Redstone genommen, da Lava draufgesetzt und dann ist die Lava über das Redstone geflossen und dann ist daraus noch ein Plan entstanden. Alter, das hätte, das hätte fast, das hätte jetzt fast Tote gegeben, ey. Beinahe wäre ich da runtergefallen. Alter, poch, 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 poch. Herz am Rasen. War uncool. Da. Das wäre richtig uncool gewesen. Du musst dir hier unten noch so eine, so eine, so eine Bahnstation oder so hinbauen, keine Ahnung. Ja. Ich habe es bei mir gemacht, bei dir mache ich es jetzt nicht. Nein, das wäre schön. Du scherzig. So, ich mache dir hier nur so einen, so einen Stopp-Ding. Okay. So. So. Nein. Boah, alter, nefft mich das hier gerade. Was denn? Nee, hier, ich baue hier irgendeine Scheiße, die keinen Mensch braucht. So. So. So, und hier kommt das jetzt raus, richtig. Kann ich hier noch einen tiefer. Echt. Da. Hier kann ich dann in der No-Instant noch einen Repeater hinbauen. Scheiße, ey, da muss ich hier so einen dummen Seitengang bauen. So. Perfekt. Dein komischer... Kommt perfekt an. Ja, und jetzt brauchst du auf beiden Seiten von uns jeweils so einen, ja, so einen Item-Elevator. Wo sollen deine Items ankommen? Bei mir oben, ja, erst mal, dass die irgendwo hochkommen, so. Ach so, erst mal sollen die irgendwo hochkommen. Das klingt ja eigentlich schon mal brauchbar. Oder nicht? Ja. So. So. Lol. Ach Gott, ey, ich kriege hier noch Paras. So, hier geht dann das und dann das. Das hängt ja jetzt mal auf. So, hast du hier so... Auffüllen. Hast du hier so einen halbwegs einen Safe-Weg? Wenn du hier aussteigst, hast du mich direkt verreckst. Wenn man hier reingeht, ein Stück raus. Da. So, wie weit fließt das Ding jetzt? Wow, okay. Ja, gut, das hab ich jetzt natürlich nicht bedacht. Oh Mann, ey, ich stell mich hier grad echt an, wie der Typ, der das erste Mal Minecraft für sich entdeckt hat. Geil. Kann nicht mal mehr eine vernünftig automatische Farm bauen. Okay, dann starten wir das Ganze mal neu. Gut, das heißt, hier kann das dann... Hier kann das dann runter. Was machst du denn hier? Überhaupt. Ja, ganz normal Farm halt. Die halt ein bisschen automatisierter ist, dank Trichter. So. Ah, hier. Boah, Alter. Wie genau baust du die? Ja, ganz normal. Also halt... Warte mal. Mit Pistons? Ja. Ich baue die nie mit Pistons. Warum nicht? Weil die Pistons... Der Sound, der nervt mich immer. Wie baust du die denn dann? Mit, äh, Dispensern. Ach so, ja, gut, ja. Okay, das muss ich ja nur wissen. Da geht's auch. Wir passen dann einmal das Wasser aus und dann... Gut, gut, gut. Ja, los. So, hier. Moment, mach ich aber hier noch... Dass ich das hier direkt hab. Es leckt es wieder, ich kann nicht mal auf den Crafty-Tisch zuweifeln. So, hier. Und hier soll dann die Kiste stehen. Was soll ich ausmachen? Da ist Wasser. Ähm... Da. Genau, dann brauche ich noch ein Schild. Ach, das habe ich hier tatsächlich noch. Cool. Wollen wir mal, wo muss denn das dann hin? Das nicht. So, dann fällt das nämlich da alles rein. Aber das muss natürlich... Aber die Truhe soll da hin. Muss das hier so... Lang. Und... Was... Vielen Dank.